Er geht raus. Er geht raus. Offensive Durchsetzungskraft ist echt... Aber ey, Freiburg auch noch nicht so wirklich in der Standung getreten, offensiv, ne? Schön, Sosa. Führig. Abschluss aus der Ferne! Was der Hütte! Chris Führig, Alter! Zeigt's allen seinen Hatern. Allen, Junge. Aber absolut allen zeigt das. Was ein Brett, Junge. Was ein Brett. Ausgerechnet Chris Führig. Muss man ja sagen. Ausgerechnet Chris Führig. Letzte Woche gegen Bremen wieder vier Abschlüsse gehabt. Alles nicht gefährlich. Da holt er einen raus aus 20 Metern. Ab in Winkel. Abgelenkt vom Keeper in Winkel. Gerade ein Chris Führig, Junge. Bei dem er seit Wochen, gefühlt seitdem er da ist, wartet, dass dieser Knoten endlich mal platzt. Der ist immer aktiv. Er hat immer seine Abschlüsse. Aber alles ohne Ertrag. Und jetzt haut der so eine Hütte hier rein in Freiburg. Setzt er so ein Ding in Knick aus 20 Metern. Das ist es doch, Junge. Auch mal selbst so Sonntagsschüsse reinsetzen. Wie gesagt, Bremen hätte bei uns im Leben nichts geholt. Hätten die keine Sonntagsschüsse reingesetzt. Jetzt machen wir es heute auch mal. Auch mal ein Traumtor aus dem Nichts. Geil, Mann. Gerade ein Chris Führig, Mann. Gönne ich ihm so hart. Gönne ich ihm so hart. Das muss mir auch wirklich zugute heißen. Er hätte ja auch sagen können, ey, ich treffe gefühlt nichts und sich irgendwie Abschlussscheu werden können. Hätte ja sein können. Er sagt sich, ey, egal. Gegen Bremen drei, vier Dinger wieder liegen lassen. Ein paar Spielen mehr schon Sachen liegen lassen. Egal, ich schieße halt trotzdem nochmal drauf. Geiler Support auswärts wieder. Es wäre halt wirklich der erste Auswärtssieg des VfB in der Bundesliga mit Auswärtsfans seit viereinhalb Jahren. Der letzte Auswärtssieg in der Bundesliga, weil eine zweite Ligasaison noch dazwischen, die zählt nicht rein, in der Bundesliga war in Nürnberg. November 2018 unter Weinzierl. 2-0-Sieg. Tommy und Baumgartel. Danach hatten wir Siege auswärts. Wolfsburg zum Beispiel letzte. Aber da gab es zwar Fans, aber keine offiziellen Auswärtsfans. Da gab es ein paar tausend Wolfsburg-Fans. Ich glaube irgendwie ein, zwei, hundert VfB-Fans haben sich auch reingecheatet. Aber offiziell gab es da keine Auswärtsfans. Waren keine zugelassen. Es wäre der erste Auswärtssieg vor Auswärtsfans, vor vollem Kontingent und alles. Seit etwa viereinhalb Jahren. Das kann es sich ja echt nicht ausdenken, Mann. Oh. Das kann er schon pfeifen. Ähnlich zu dem Elfer, den wir in München bekommen haben. Das kann er, glaube ich, pfeifen. Aber das wäre kein schöner Einstand für Zagadou. Kommt rein nach Wochen wieder. Ja, schaut es sich an. Ja, das wird ein Elfmeter. Das wird ein Elfmeter. Ja. War klar leider. Oh, auch noch gelb für Zagadou. Können wir uns nicht beschweren. Können wir uns nicht beschweren drüber. Dummer Elfmeter. Dumm. Kein schöner Einstand für Zagadou. Grifo. Komm jetzt. Bredlo ein auf Elferkiller. Komm. Bredlo ein auf Elferkiller. Komm. Oh. Ist sogar in der Ecke. Ja. Ist sogar in der Ecke. Aber den hältst du nicht. Den hältst du nicht. Der ist zu stark. Flach. Keine Chance. Den hältst du nicht. Ah. Ärgerlich, Mann. Ärgerlich. Nicht nötig. Nicht nötig. Führ ich. Schwer zu nehmen. Macht das okay. Und der Abschluss ist ja komplett ver... Boah. Verzieht er komplett. Verzieht er komplett. Guckt er auch selber nach so. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich da gerade gemacht? Schön runtergenommen das Ding eigentlich. Und dann haut er den mit rechts. Vielleicht eher auf links. Oder... Ah. Haut er den mit rechts da aus. Mann. Sieben Metern da komplett am Tor vorbei. Weiß ich ja nicht, Mann. Der sagt wieder nur Haraguchi. Der Mann heißt Haraguchi. Oder spricht man den so aus? Du sprichst ja doch im Leben nicht Haraguchi aus. Du wirst mich verarschen. Boah. Perea macht das richtig gut, Mann. Perea macht das richtig gut, seitdem er drin ist. Ist quirlig dabei. Geht am Spiel nochmal vorbei. Zieht die Fouls. Perea gefällt mir richtig gut seit der Einwechslung. Gefällt mir richtig gut. Da wird auch schön Körper reingestellt. Fallengelassen. Freistoß. Geil. Geil. Das war Ito. Das war nicht Haraguchi. Der heißt auch Haraguchi. Guck mal auf dein Blatt, bitte. Schau bitte auf deinen Spielerbogen. Schau auf deinen Aufstellungsbogen. Herr Dittmann. Mir kommen wieder so übliche VfB-Gedanken hoch. Nach dem Motto, nee, kriegt man eh nicht hin. Irgendwann fangen wir aus 2-1 noch. 94. Mir kommen diese klassischen VfB-Gedanken wieder hoch. Ich versuche sie gerade so gut es geht zu blockieren. Ui. Kein Elfmeter. Kein Elfmeter für Freiburg. Jetzt pfeift das doch ab. Ich glaube, die kriegen einen Elfmeter. Das wäre... Das wäre jetzt... Das wäre der zweite durch... Oh, wie... Aber er... Oh, aber er hebt schon ab, Bruder. Er weiß sich ja nicht. Also... Ja, Kontakt ist schon da. Boah, aber Dohan... Boah, aber Dohan will den auch, Mann. Ah, Bruder. Er will den aber auch, ne? Kannst keinem erzählen. Das Sagadu bringt der Verschuldung 2-11 und kriegt Gelb-Rot. Kannst auch keinem erzählen. Er geht raus. Er geht raus. Allein dafür, wie sehr er ihn will, will ich den nicht pfeifen. Natürlich, Kontakt ist schon irgendwo da. Aber nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Er macht sogar noch einen Schritt. Er macht noch einen Schritt. Guck mal. Er tritt mit rechts sogar nochmal auf und dann fällt er erst. Vorbei, tritt mit rechts auf und dann fällt er. Der will nichts anderes als den scheiß Elfmeter. Er will nichts anderes. Nichts anderes will der. So ne Frechheit, Mann. So ne Frechheit. Sagadu bleibt auf dem Platz. Ja, geil. Perfekt in Winkel. Komm, leckt mich alle am Arsch. Wirklich, leckt mich alle am Arsch. Leckt mich alle am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß Sportart. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Ich bin es leid. Ich bin es leid. Oh, Borna Sosa. Borna Sosa steht bereit. Ist doch eher einer für Flanken, oder? Der wird ihn direkt schießen, gell? Der wird ihn direkt schießen. Holy shit. 90 plus 2, komm. Hau den rein, Sosa. Hau ihn rein. Oh, Lattenkreuz! Torwart-Ecke-Lattenkreuz. Torwart-Ecke-Latte. Ich weine. Ich weine. Ich weine. Ja, was soll man sagen. Klassischer Freiburg-Sieg gegen uns. Ohne irgendwelchen Freiburgern jetzt an Fuß kacken zu wollen oder so. Die letzten 3, 4 Jahre, es sind immer genau die, es sind die genau gleichen Niederlagen gegen die Freiburger. Jedes Mal aufs Neue. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, dass wir gegen Freiburg wirklich hochverdient verloren hätten. Kann ich mich an keins erinnern. Jedes Spiel war eigentlich am Ende des Tages ein Unentschieden. Und Freiburg hat das Spielglück auf ihrer Seite. Schiri-Entscheidung und dies, das, alles. Immer. Immer gegen Freiburg. Immer. Weil es in der letzten Saison TBD-Elfmeter nicht bekommen. Dafür kriegen die es so ein wie gegen Dohan. Also beim TBD damals, da war mehr Kontakt, da war mehr Klarheit, da war mehr alles. Du kannst ihn geben, diesen Elfmeter gegen Dohan. Weil Kontakt ist da. Für mich als Fußballfan will ich sowas auch nicht haben. Weil Dohan will in der Situation nichts anderes. Er will nur den Kontakt. Er will nur das Foul. Gar nichts. Das ist für mich, keine Ahnung, Schauspielerei. Er will nichts anderes. Das ist ganz großer Bullshit. Den Elfmeter hätte ich nicht gegeben. Auch wenn man ihn Nummer 1 zuerst nicht pfeift, dann aufs O bekommt, sich drei Minuten was anhört, dann wartet und sich fünf Minuten lang am Fernseher was anschaut. Dann kann das auch alles nicht glasklar gewesen sein. Nummer 2. Und so einen ersten muss man geben. So einen haben wir auch schon mal bekommen in München. Das 2-2 war genau so eine Szene, genau so ein Foul. Sonst ist es ein Unentschieden-Spiel. Es ist ein Unentschieden-Spiel. Ja, wir können wieder kommen, dass Freiburg mehr Expected Goals hat. Ich glaube, wir haben irgendwie bei 2,2 gegen 1,7 oder 1,5 oder so einen Quark. Vergesst bitte nicht, diese Elfmeter. Ein Elfmeter sind ca. 0,77 oder sowas. 0,75 X-Goals. Das heißt, dadurch hat Freiburg 1,4 oder 1,5 X-Goals. Durch die beiden Elfmeter, die da noch reingegangen sind. Deswegen, der Ex-Goals-Wert ist in dem Spiel Quatsch. Der bringt nichts. Weil da kannst du bei Freiburg quasi gefühlt einen ganzen rausrechnen. Weil 0,7 X-Goals ist ein Elfmeter halt. Das ist immer das Gleiche bei uns. Immer das Gleiche. Ordentliches Auswärtsspiel eigentlich gemacht. Ordentlich erste Halbzeit. Geile Hütte von Führung. Hat mich sehr gefreut. Die Idee mit Zagadou für Mafropa ist am Ende leider nicht wirklich geglückt. Also Zagadou hat für mich kein schlechtes Spiel gemacht per se. Aber halt in den beiden Situationen. Zwei Elfmeter verschuldet. Da kannst du ihm einfach auch kein gutes Spiel dann geben. Wer zwei Elfmeter verschuldet, der hat einfach ein scheiß Spiel gemacht. Fertig aus. Hätte natürlich auch jedem Verteidiger passieren können. Aber natürlich der Zug mit Mafropanos raus. Zagadou rein. Hat heute nicht so ganz gezogen. Sonst wie gesagt, typischer Freiburg-Sieg. Typische Niederlage für uns gegen Freiburg. Eigentlich ein Unschiedenspiel. Aber Freiburg hat immer noch irgendwie das Glück. Irgendeine Szene für sich. Irgendwas für sich. Plus natürlich auch das einfach Team, das oben mitspielt, gegen Team, das unten am Arsch der Welt hängt. Für die oben läuft es halt. Für die laufen so Spielverläufe. Für uns halt nicht. Das heißt, das Beste heute war mal wieder, dass Buchen verloren hat. Augsburg verloren hat. Und Hoffenheim verloren hat. Schalke nur einen Punkt geholt. Und hoffentlich macht morgen Hertha gegen Gladbach nichts. Dann war es auch okay. Hat zumindest keine Punkte verloren oder so. Aber heute war definitiv ein Punkt drin. Es war ein Punkt drin heute. Ich hab ja... Ah, perfekt. Für 2-1 für uns die ganze Zeit drin gestehen. Oh mein Gott. Jetzt sag ich die ganze Zeit des Ergebnisfalschrum drinstehen. Machst dir auch keinen Kopf, ey. Merkst du was, was VfB-Spiele mit einem machen. Musik 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 Olivia